k heiler und form kapitel spielzeug und vor allem die gleiche meine Eltern gefordert ob ich mir nicht leistungsmittel zulegen könnte ich so okay ich guck mal noch ein bisschen so die Kinder so ab 315 los bei dem ersten Sackbaum und dann welchen Kumpel das man sehr billiges Hümmelchen gekleckt hat und zwar so im 100 Euro Bereich ähm von, Moment ich muss den Namen ablesen Karl Riedl hieß der baut eigentlich Drehleiern aber er hat sich auf diese kleinen Dinger spezialisiert das ist Plaste das ähnlich was aus Holz ist das hier das sieht aus wie die Bordone und das lustige hier dran ist das geht nicht mit Rohblättern sondern das funktioniert mit Frischhaltefolie mhm die wird genauso zum Schwing gebracht als euch erzeugten Ton ich zeig euch jetzt erstmal das MC ich zeig euch jetzt mal ich zeig euch jetzt mal ich zeig euch jetzt mal das ist mein Kumpel mhm die 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 kalt einigermaßen schön wie ein Himmelschen das cool hier dran ist aber dann kann ich nicht nur auf C spielen sondern auch auf D umstöpfen so und jetzt kann ich jetzt diverse Weihnachtshits durchspielen oder auch schwattische Lieder was mal Weihnachtslied ja ich hab Gott gesagt, man muss ja auch mal wieder die Zauber rausbladen allerdings auch schwattische Dinger mal wie schön ein Moment ein Moment ein 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 Allerdings lasst sich hier drauf wirklich nicht alles spielen, was ich mitgeregt habe. Weil ich muss hier umgehen, ich brauche immer in Tonhöher und so quasi habe ich nicht den höchsten Ton wie beim Markzack oder bei der Flöte. Das kann ich Ihnen erstmal vom Beispiel zeigen, Bretone zum Beispiel. Okay, awesome. Okay. 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 Okay, Leute. Also dann bis zum nächsten Mal, falls ich für Weihnachten nicht oder für Silvester nicht mehr hochstelle, noch ein gesegnetes Fest und guten Rutsch. Okay. 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 Okay.